Moin, mein Lieben und willkommen zu einer neuen Runde mit Toxic Time. Diesmal nicht on Tour. Wir sind hier, ja, ihr seht schon, in der Garage von Sascha mit seiner LDZ, die er hat. Ich hoffe, das klappt jetzt mit dem Ton hier alles und auch mit dem Licht hier drin. Es ist echt ein bisschen düster. Ja, Problem ist der Motor. Ihr seht, der Tank ist jetzt schon runter, Sitzbank ist weg und so weiter. Unser Plan für heute ist es, den Motor komplett auszubauen. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, ich hätte schon mal erzählt gehabt, Sascha ist gefahren. Der ist gerade los und holt, was holt der überhaupt? Ah, genau, seinen kleinen Knarrenkasten, weil wir gerade versuchen jetzt hier den Krümmer zu lösen. So, seht ihr vielleicht, weil wir kommen hier an die hintere Schraube nicht so richtig ran. Deswegen guckt er gerade, ob er jetzt seinen kleinen Knarrenkasten findet, dass wir den lösen können. Ja, damit wir den Motor rauskriegen, was genau passiert ist. Sascha ist vor ein paar Wochen, Tagen, ich weiß es gar nicht mehr so genau, eine Runde gefahren. Wir hatten so ein bisschen was am Setup von seinem Fahrwerk geändert gehabt, beziehungsweise die Hinterachse ein bisschen verschmälert. Wir haben dann die Verbreitung ein bisschen rausgenommen. Er wollte gucken, wie das Fahrverhalten jetzt gegenüber vorher ist. und ja, ist dann während der Fahrt hat es einmal irgendwie einen Knack gegeben und sofort bei dem Motor aus. Also kein Malen ist Geräusch oder irgendwelche Voranzeichen oder sonst was, wirklich nur ein Knack und sofort aus. Ist auch gar nicht mehr angesprungen, die Maschine. Hört sich an, als wenn sie keine Kompression hat. Also die rödelt einfach nur. Ja, ist jetzt die große Frage. Was ist passiert? Wir haben schon mal geguckt, Steuerkette, das ist alles, alles fein. Zündkerze funktioniert und so weiter. Ja, jetzt wollen wir den Motor halt rausnehmen, aber den Kopf oben abnehmen wollen, um zu gucken, ob vielleicht ein Ventil abgerissen ist, beziehungsweise die Federn von den Ventilen vielleicht gebrochen sind oder vielleicht wirklich ein Kolbenfresser war oder sowas. Wobei, das hätte sich, glaube ich, ein bisschen anders angehört. Ich hatte ja schon mal einen, das hört sich ein bisschen knuspriger an, wenn man dann fährt. Deswegen, der Plan für heute ist, wir nehmen den kleinen Motor raus. Oh, wir machen mal einen Seitenwechsel, weil von der anderen Seite ist der Motor noch viel schöner. Seht ihr hier wie diesen schönen, guldenen Krümmerschutz? Ja, den haben wir uns, kann ich euch mal demnächst mal erzählen, wie wir das hingekriegt haben. Das war eine ganz lustige Geschichte. Ja, er sieht da überall kleine Showgläser und so weiter. Also ein wirklich sehr, sehr schön fertig gemachter Motor. Funktioniert nur leider nicht. Ja, wie gesagt, wir nehmen den jetzt erstmal raus und hoffen, dass wir dann, ja, finden, woran es überhaupt liegt, damit die Maschine so schnell wie möglich wieder fahrbereit ist. Und, ja, wie gesagt, große Hoffnung, dass es vielleicht nur eine gebrochene Feder vom Ventil ist. Die Feder hätte er noch hier gehabt. Das heißt, wir könnten ihn heute auch wieder fahrbereit kriegen. Oder ob wir irgendwas bestellen müssen, dann zieht sich das jetzt noch ein bisschen hin. Ich werde so ein bisschen nebenbei filmen und dann mal gucken, ach, da kommt er schon und hat seinen kleinen Knarrenkasten dabei. So, jetzt sind wir schon einen kleinen Schritt weiter, beziehungsweise sind wir gerade an dem Punkt hier, das Kühlwasser jetzt abzulassen von der Maschine. So, ich habe gerade jetzt schon erzählt, wo du nicht da warst, dass du ja gefahren bist ganz normal. Und dann hat es irgendwie einen Knack oder sowas gegeben und dann war der Motor einfach aus, ne? Ja. Also vorher keine Anzeichen und nix. Und war es doch, glaube ich, nicht in der Beschleunigungsphase nix, ne? Oder? Ne, ganz normal. Nur ein bisschen unter Last bergauf, aber nicht beschleunigt. Nur Tempo gehalten. Ja. Ja, und dann, wie gesagt, der, wie ich gerade schon gesagt habe, ist er nicht mehr angesprungen. Jedes Mal beim Starten war es halt, ja, einfach nur um durchrödeln. Als wenn, vom Geräusch her, als wenn halt Kompression fehlt. Und, ja, jetzt müssen wir mal halt schauen. So, wir haben jetzt alles soweit nackig, wie es geht. Sind jetzt gerade am Öl ablassen. Oh ja, ja, Öl kontrollieren. Schon alles relativ spanfrei und sauber alles aus. Wie gesagt, jetzt gleiches Tröppel schon alles unten in die, in die Sohle. Aber Ölablassschrauber, da kann man jetzt kein Öl, Späne und nichts gefunden. Das sieht sauber aus. Das Öl, was da bis jetzt da unten in dem alten Kanister. Ich fühl mir mal so ein bisschen durch. Sieht bis jetzt sauber aus. Müssen wir aber gleich nochmal genauer untersuchen. Ja, beim Motor könnt ihr sehen, wir haben schon den Kühler draußen. Ja, Krümmer ist weg. Also im Endeffekt ist alles schon nackig. Die einzigen Verbindungen, die wir jetzt noch hier am Motor haben, gehen einmal rum, müssen wir noch andere Ansicht haben. So, die einzige Verbindung, die wir jetzt noch haben, ist halt unten die Ölleitung. Also die hier unten reingeht in den Motor. Die müssen wir jetzt gleich noch losschrauben. Und dann können wir anfangen, halt den Bolzen zu lösen. Oben die Brücke ist schon weg. Die beiden. Und dann können wir den Motor rausheben. Ich bin gespannt. Heißt aber jetzt auch, wir müssen jetzt gleich unsere etwas angenehmere Arbeitshöhe von der Hebebühne, die wir hier jetzt gerade haben, verlassen. Weil ich glaube, wenn wir jetzt hier den Bolzen von der Schwinge rausziehen, dann wird das Ding hier einfach rausrauschen. Deswegen stellen wir es lieber auf eigene Beine und entlasten es nur so ein bisschen hier durch den Heber, damit das ganze Ding nicht wie so ein Schweizer Taschenmesser zusammenklappt. Und dann kommt der spannende Moment, wenn wir den Kopf abnehmen und gucken, wie es da drin aussieht. Ich bin echt gespannt, was das wird. Heute ist das jetzt kein klassisches Anleitungsschrauber-Video sonst was. Ich nehme euch einfach ein bisschen mit, wie so ein Sonntag bei uns aussieht. Voller Spaß und Freude, oder? Jiffi. Jiffi, ja, wir freuen uns. Macht voll viel Spaß. Also fahren ist doch doof. So ein Motor kann man auch mal rausnehmen auf den Sonntag. Da läuft es runter und weiß noch nicht, dass es gleich von uns a la CSI Schaumburg auseinandergenommen wird, das Öl. Und dann werden wir auch feststellen, falls da ein Spahn drin ist, dieser eine Spahn, der kann nur von diesem einen Teil sein und der wird nur in diesem Land produziert. Und dann haben wir genau den Übeltäter, wer es war. Wir müssen jetzt hier mal so ein bisschen, ja, hier steckt jetzt quasi in so einem Mülleimer drin. Ich kann das hier gerade nicht anders machen. Es ist jetzt der Moment gekommen, es ist alles gelöst, der Motor liegt. Im Endeffekt haben wir noch ein Bolzen hier unten drin. Den ziehen wir jetzt raus. Das heißt, ich hebe den Motor jetzt wahrscheinlich ein bisschen an. Sascha zieht zu sich den Bolzen. Und dann entmotorisieren wir dieses Fahrzeug. So, ich würde sagen, ich packe den jetzt hier irgendwie so ein bisschen an. So, zu welcher Seite jetzt raus? Zu dir? Okay. Wo bist du durch? Jetzt haben wir endlich den vollen Durchblick. Was dieser Maschine fehlt, ist ein Motor. Das jude Stück, das schnappen wir uns jetzt. Verschwinden damit in die Garage, nein, in den Keller. Dann können wir einmal den schwarzen Klumpen rundherum filmen. Na gut, hier gibt es nicht so viel zu sehen. Es ist schon süß, so ein LTZ-Motor. So, entschuldigt schon mal für das Flackern. Die Beleuchtung, die wir hier unten im Keller haben, ist leider nicht ganz so videotauglich. Aber wie gesagt, der Motor steht jetzt hier. Wir werden jetzt hier vorne jetzt gleich erstmal den Kopf lösen, die Schräubchen. Und wenn wir mal einen Blick rein machen, und dann mache ich die Kamera wieder an. Ich lasse jetzt nicht die ganze Zeit durchlaufen, weil, wie gesagt, hier im Display, da flackert das wie die Hölle hier. Das ist irgendwie nicht wirklich groß filmbar. Da müssen wir jetzt Handschraubbar sein. So, als nächstes werden wir jetzt hier die Brücke wegnehmen von den Nockenwellen. Und dann die Nockenwellen entfernen und mal gucken, ob da unten dann mit den Ventilen alles okay ist. So, das erste, was wir jetzt gemacht haben, haben wir erstmal hier die Inspektionsklappe mal überöffnet. Dass wir hier auf OT gedreht haben, geguckt haben, dass der Kolben auch oben ist. Weil wir vor kurzem ja hier auch die Steuerkette getauscht haben, inklusive Gleitschienen. Und nochmal jetzt nachkontrolliert, weil wir alles richtig gemacht haben. Also, dass die Striche und Pfeile an der richtigen Stelle sind. Die Nocken an der richtigen Stelle stehen. Hier OT ist und so weiter. Sascha hat schon bereit seine Fühlerlehre. Da checken wir jetzt nochmal kurz gegen. Bevor wir jetzt oben alles auseinander nehmen, erstmal gegen checken, ob wir letztes Mal vielleicht Mist gebaut haben. Aber bis jetzt sieht alles ganz gut aus. So, der Tisch ist gedeckt mit Kaffee. Ja, ihr könnt sehen, Kopf haben wir alles runtergenommen jetzt hier. Liegen alle Teilchen. Das ist auch schwer, ne? Vielleicht bauen wir es auch nicht wieder ein, weil das ist alles zusätzliches Gewicht hier. Das Problem haben wir erkannt. Das liegt nämlich noch hier auf dem Tisch. Und zwar haben wir keinen Herzensbrecher, sondern einen Kolbenbrecher. Könnt ihr das erkennen? Der hat einen Riss. Der ist einmal durchgebrochen. Deswegen haben wir hier keine Kompression. Aber wir haben hier keinen Einschlag, Einditschen, nix. Also, das ist echt mysteriös. Aber auf jeden Fall wissen wir jetzt, Maschinen läuft nicht, weil der Kolben, ne? Ja, der muss jetzt wohl definitiv getauscht werden. Das ist das Ergebnis, was wir von heute rausgekriegt haben. Ja, wie es weitergeht, weiß ich gar nicht. Mehr Kubik? Das Schöne ist ja, Sascha hat ja hier, ich filme mal deine Kiste da unten, ja? Wisst ihr, was da drin ist? In den zwei Kisten ist noch ein kompletter LTZ-Motor drin. Aber, wie man sieht, in Einzelteilen. Und zwar einmal mit Standard-Kubiksatz, also 400 Kubik. Und, was hast du noch? Ein 470er, ne? Ja. 470er, ja. Deswegen, also wir haben noch genug Ersatzteile hier. Ja, aber mal schauen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, für heute ist rausgekommen, wir wissen jetzt, was kaputt ist. Und das war ja Ziel des Ganzen, wo wir uns heute getroffen haben. Also, Mission zwar ein doofes Ende, aber im Endeffekt auch erfolgreich. Wir wissen ja jetzt, was los ist. Das, was wir jetzt erstmal machen, ist erstmal unseren Kaffee austrinken. Ich glaube, so viel reparieren heute werden wir nicht mehr hinkriegen, ne? Oh, mal gucken. Mal gucken. So, ihr könnt sehen, es geht doch fleißig weiter. Wir haben gerade eben noch mit dem lieben LTZ telefoniert. Ich habe euch ja schon ein paar Mal von ihm erzählt gehabt. Der absolute Top-Experte, was LTZ-Motoren angeht. Also, es ist eine Koryphäre auf diesem Gebiet. Den haben wir erstmal kurz geschildert. Auch halt unserem kleinen Rissen alles gezeigt gehabt. Seine Vermutung jetzt, ohne dass er jetzt irgendwas gesehen hat. Also, wirklich nur rein per Telefon im Kurz-Telefonat. Weil das ist halt, den wir hier verbaut haben. Das ist so ein billig Schmiedekolben. Nein, kein Schmiedekolben, ein Gusskolben. Und das nicht von höchster Qualität. Das ist jetzt auch kein Athenakolben, der da drin ist. Dass das ein bekannter Materialfehler ist, dass sowas passieren kann bei den Dingern. Aber Sascha hat ja noch, da hinten, ihr könnt da sehen, steht schon ein Athena 435er. Zack, haben wir hier noch einen schönen Athena 435. Hier haben wir auch noch einen kompletten originalen LTZ. Deswegen, ja, hier sieht alles fein aus. Es ist halt zum Glück nur wirklich dieser Riss. Es ist nichts abgebrochen. Was runtergefallen ist, wir haben keine Späne und nix. Also werden wir jetzt, ja, Kolben austauschen. Und dann Kolben, Zylinder, alles einmal auf Athena jetzt wieder umrüsten. Und dann hoffen wir, dass alles hier funktioniert. Also, ihr könnt sehen, ja, es passiert auf jeden Fall ein bisschen was. Wie weit wir heute kommen, kann ich noch nicht sagen. Und jetzt auch nicht, wie weit wir jetzt hier nebenbei noch gefilmt kriegen. Ich versuche hier nebenbei so ein bisschen die Kamera mal anzuhalten. Dass wir ein bisschen was aufnehmen können. Aber wie gesagt, Problem ist erkannt. Und Lösung liegt da. Werden wir jetzt reinsetzen. Ob wir das heute alles wieder komplett lauffähig ins Fahrzeug reinziehen, kann ich noch gar nicht sagen. Weil wir müssen ein bisschen die Uhrzeit im Auge behalten. Weiß nicht, der Ausbau vom Motor, wie lange hat der gebraucht? Halbe, dreiviertel Stunde? Ja, dreiviertel Stunde, ja. Ja, dreiviertel Stunde. Aber auch, weil wir auf und zu mal hin und her rennen mussten, was Werkzeug in die Garage zu holen. So, jetzt aber wirklich die letzte Aufnahme vom Haus auf Schrauben hier gerade. Wir sind jetzt schon relativ weit gekommen eigentlich. Wie man hier sehen kann, Moment. Also es sieht schon relativ fix und foxy alles wieder aus. Aber das Problem ist, wir haben, ja, Sascha hat so einen ganzen Karton hier voll mit Dichtung und alles. Aber das ist leider keine Dichtung dabei für Big Boar. Deswegen müssen wir jetzt hier an der Stelle aufhören. Neue Dichtung erst mal bestellen. Das passiert so. Gerade passiert. Also Dichtungen sind jetzt gerade bestellt. Ja, schade, schade. Wie gesagt, wir haben ganz viele Dichtungen hier liegen gehabt. Er hat sie da noch gerade in der Hand. Sieht an sich fix und schwein und alles schön aus. Aber wie gesagt, falsche Größe passt nicht ganz. Können wir so nicht weitermachen. Naja, ich habe, wir haben in der Zwischenzeit ja alles mögliche hier probiert und versucht so halbwegs alles wieder zusammenzukriegen. Haben, ja, durch, ne, mal da eine Helfenhand und da halt die Kamera nicht die ganze Zeit laufen lassen. Sondern ich habe versucht zwischendurch, wenn eine Hand frei war, immer nur ein, zwei Fotos zu machen. Die kann ich jetzt gleich hier im Hintergrund einfach mal ein bisschen einblenden. Nur das passiert schon die ganze Zeit, damit die Sabbelei hier nicht ganz so monoton wird. Wie gesagt, falls es euch gefallen hat, zeige es mir gerne mit einem Däumchen nach oben. Gerne auch mit einem Kommentar. Ja, das war es an der Stelle. Wie gesagt, so wie hier weiter was passiert, zeige ich euch gerne, wenn ihr es sehen wollt. Könnt ihr ja mal unten reinschreiben. Ansonsten wie immer, ciao und haut rein. Mild mit. Toxik Dein. Toxik Dein.